Hallo, herzlich willkommen heute beim Männerspielplatz oder Männersandkasten. Ist das alles real oder ist das virtuell? Es sieht so unecht aus, aber ich kann euch sagen, es ist real. Natürlich wurden alle Regeln eingehalten, die ganzen Abstände wurden eingehalten, die Höhen wurden eingehalten, alles ist regelkonform. Genießt den Spielplatz für Männer. Schöne Bagger, Raupen, viel Sand, Berge, Natur, alles ist mit dabei. Viel Spaß beim Zusehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und freue mich schon das nächste Mal, euch wieder ein Video präsentieren zu dürfen. Euer Dies und Das. Genießt die Bilder und habt einen schönen Tag. Ich bedanke mich für's Zusehen.